Hey Tim, komm zurück zu einer neuen Folge Days Gone und wir machen jetzt wieder weiter. So, warte mal, dann gehen wir jetzt erstmal hier hin, weil wir haben gleich wieder ein paar Ohren, die wir verkaufen können. Ich höre uns scheiß. Glaubst du, er hat recht? Copeland? Recht? Mit irgendwas? Nein Jess, wohl kaum. Copeland steht auf alternative Fakten, okay? Er hat keine Ahnung. Aber pass auf, wenn du einen schwarzen Heli siehst, einen Nero Heli, dann sag mir Bescheid, okay? Ja, okay Dick, wie du meinst. Na dann. Hey, mach's gut. Okay, kein Job verfügbar. Äh, warte mal, hier kann ich, ah, da kann ich das Fleisch, glaube ich, verkaufen. Hab ich jetzt eigentlich wieder ein bisschen Geld, oder? Hab ich da sowieso irgendwas gekriegt? Hm, ja, ein bisschen was haben wir wieder. Okay, warte mal, Optik, äh, Scheinwerfer. Ja, holen wir uns einfach mal die hier. Holen wir uns mal direkt den hier. Okay, brauchst du eigentlich Lackierung. Okay, warte mal, hier von Death Stranding. Ich glaube, ich lasse aber mal das hier, oder? Okay, passt eigentlich. Dann speichere ich mal ganz kurz. Und ich würde sagen, wir machen mal die nächste Mission. Warte, wo müssen wir uns genau hin? Ah, hier, okay. Gut, dann fahren wir uns mal hin. Was ist denn mal, wo jetzt? Die sind wohl in Berlin, da, oder? Oh, shit. Okay, warte mal, wo ist da, wo ist da, wo ist da nur Lieben, da? Ist der überhaupt hier in deiner Nähe? Aber warte, ah, hier, okay. Ich werde dich da rausholen. Du wirst es hier draußen nicht schaffen. Ich weiß, wo ein Camp ist. Ja, Camp, ich zeig's mir, wo. Es ist am Peaceful Lake. Mark Hoplin führt. Du musst da lang. Überlegt. Okay, warte, ich glaube, ich muss hier nochmal kurz zurückholen, selber zum Camp, weil, äh, ich habe vergessen, meine Munition zu holen. Ich glaube, von der Munition her bin ich hier gerade ganz leer, eigentlich. Okay, warte mal. Markierung, da fahren wir nochmal schnell hoch. So, bleiben wir nochmal hier kurz stehen. Und dann gehen wir hier zum Händler. Okay, warte mal, Vorräte. Munition auffüllen. Person-Munition auch auffüllen. Komm, jederzeit wieder. Okay. Jetzt können wir fahren. Warte mal, wir haben doch immer noch die Drogen, eigentlich. Aber wo soll ich's jetzt überhaupt hinbringen? Warte, ich schau mal kurz rein, ob ich vielleicht irgendeine Mission oder sowas hab. Äh, Stories. Ah, das ist eh das hier. Vielleicht ist es dann, ah, okay, warte mal. Äh, vielleicht, vielleicht brauche ich die dann hier oder ich muss die dann jetzt hier abgeben oder sowas könnte sein. Warte, ich bleibe mal kurz stehen. Weil ich will noch ein bisschen was looten. Warte, da vorne, die Motorhuber können wir aufmachen. Warte, meiste, das sind die Zertunen hier vom Anfang? Ich glaub schon, oder? Das kann natürlich auch noch ein anderer sein, aber... Danke, was ist hier drin? Okay, einen Lappen. Nochmal einen Lappen. Okay, ich glaub, ich geh wieder zum Bike zurück. Warte mal, ich glaub, ich glaub, ich hab den, äh, Punkt noch gesetzt. Äh, warte mal. Okay, jetzt ist er weg. Okay, es ist gerade, glaub ich, wieder Tag, oder? Oder jetzt Nacht. Ah, es war, glaub ich, gerade Nacht eigentlich. Oh, shit. Oh, shit. Scheiße. Warte mal, hier könnte noch irgendwas drin sein. Okay, dreimal Schrott, das passt eigentlich. Äh, ich glaub, warte mal, braucht man eigentlich Schrott für, für Armbrustbolzen? Ich glaub, ich glaub schon, oder? Okay, ein bisschen Kerosin. Ist hier noch irgendwas? Okay, kann ich gar nicht durchsuchen. Oh, schon wieder ein Wolf. Ey, das gibt's doch nicht. Wo kommt die eigentlich mal her? Oh, shit, der nächste. Ist das nicht der letzte, oder? Oh, scheiße, alter. Boah, hab ich mich gerade erschrocken. Ich schau da kurz weg und auf einmal, glaub ich, er mich hier verloren. Okay, warte, ich glaub, ich sollte mich mal lieber heilen, weil, falls jetzt noch einer kommt, dann bin ich auf jeden Fall tot. Okay, wieder Vollgehalt. Aber wir kriegen dieses wieder ein bisschen Fleisch, das ist eigentlich ganz gut. So, nachladen. Und wir fahren weiter. Okay, noch ein Kilometer. Ach, das ist das vom Anfang, oder? Wo auch, glaub ich, oder warte mal, hier waren wir ja auch bei den, also hier waren ja auch die Nester. Was ist jetzt los? Oh, scheiße. Ich weiß, ich hätte besser aufpassen sollen. Zug dir Deckung schnell. Oh, scheiße. Steig ab. Er hat's erwischt. 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 schon ziemlich wenig den an habe ich noch gar nicht gelootet oder wandert hast du doch okay so durchgeladen haben wir dann nehme ich direkt wieder den bezinkernis damit und tankt mein bike noch mal auf wenn ich schon mal die möglichkeit hier habe so wieder vollgetankt ja warte mal so eine hirsche oder so na okay wird eigentlich gerade stehen bleiben und halt den da muss töten so nochmal ein bisschen fleisch ja warte aber ich glaube ich muss noch ein bike reparieren oder so wieder voll also wieder komplett repariert ja aber ich glaube ich muss immer kurz stehen bleiben weil ich will nicht immer überall vorbeifahren und dann halt nichts looten das ist auch ein bisschen beschissen warte mal was haben wir hier ist das ein okay ein stuhl weil ich dachte schon ein baseball schläger aber ich gebe es wirklich gar nichts zu mitnehmen aber warte hier kann ich die motor mal aufmachen so da kann ich glaube ich ein bisschen schrott mitnehmen hier vielleicht na da kann ich den koffer normal aufmachen da können wir eine schachtel mit nägel und die ist eigentlich gar nichts mehr okay dann fahren wir weiter er ist anders gerade wo kommt die schachtel wenn man ja okay ein bisschen komisch irgendwie alter boah shit ein sniper alles da unten alter war mal so ein scharfschütze hier das hatten wir glaube ich schon mal ach jetzt kommen wieder freaker warte dann hole ich ihn aber so mit dem baseball ach so das ist gar kein freaker das ist ein ripper oder ach scheiße man boah alter da haben wir noch im letzten moment alter da war noch so ein wichser okay warte mal ausweichen den haben wir auch ich glaube jetzt fehlt nur noch der sniper oder dachte eigentlich das ein freaker okay meine motion ist auch wieder fast leer aber hatte meine machete mhm die nehme ich mal lieber mit oder obwohl die warte mal die ist eigentlich schlechter dann lasse ich ihn mal liegen wo ist jetzt dieses sniper eigentlich hat er einen baum na das hatten wir ja schon mal stimmt ist auch tot aber ja also das hatten wir wie gesagt schon mal aber da waren das ja glaube ich keine ripper sondern nur irgendwie normal überlebende okay nochmal warte mal schon wieder reparieren warum hat das auf einmal so viel schaden gekriegt ja warte mal ich glaube ich gehe hier nochmal schnell runter weil es könnte ja sein dass irgendwie was fallen gelassen hat oder der war doch hier im baum oder war es hier ne da war es glaube ich okay aber da ist eigentlich nichts mehr okay dann gehen wir wieder nach oben aber nicht mal die leiche liegt da unten irgendwie komisch oder ich habe sie nur nicht gesehen könnte auch sein so dann wieder aufs bike rauf wir machen ein halber kilometer circa warte mal die sollten uns eigentlich holen oder komm schon okay beide tot ich hoffe mal ich habe jetzt keine ach shit warte mal es ist doch wieder ripper ey wo kommen die schon wieder her ey verpisst euch man so schön abgeschlossen den anderen holen wir auch noch ey kann der mal sterben bitte warum hält der fast da diese flows okay so jetzt waren das aber glaube ich alle oder oder waren die eigentlich da von vorhin da oder es ist einfach nur so ein gebiet wo hier ripper sind ich meine eigentlich bei dieser tankstelle da da waren ja glaube ich früher auch schon mal ripper am anfang so beide looten wie man steht da lasse ich liegen ja stimmt die zwei hirsche wollte ich ja noch röten so da eine ist glaube ich da oben noch so dann sind wir hier eigentlich fertig okay bist du schon ist leider schon wieder leer okay 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 ok fünfmal short ist ganz gut so Was ist hier los? Oh shit! Alter nein! Okay, ich baue meine Armbus, glaube ich. Okay, ich habe irgendwas getroffen. Tot. Zwei Kills haben wir schon. Der lebt noch. Alter, ist er, glaube ich, tot, oder? Alter, was? Wo kommt der jetzt wieder her? Achso, das war, glaube ich, gerade der. Achso, okay. Ich habe keinen Bolzner wieder zurückgekriegt. Habe ich ja Munition, das ist gut. So, neues Magazin rein. Pistole haben wir auch. Zwei Kugeln. Na, ist ja nicht gerade so viel. Das ist ja gut, Mann. Alter. Okay, ich finde Taka und Al-Kai. Die müssen irgendwo hinten sein. Danke. Danke. Vielen Dank.